Hallo Leute, hier sind wir wieder bei Uranus Hold Park Nr. 3 und wir stürzen uns gleich ohne Umschweife in das Level-Vidgen-Stil. Au, kein Video! Ich hätte gedacht. Was? Der Fox schnell beherrscht den Boden, Luftkampf nicht teuer? Teufel, ja! Eines der besten Produkte aus dem Haus ist Dutzen. Hätten wir nur in der Anfangsphase einige mehr davon gehabt. Ach, Dummy. Na, gibt's auch einen Technologie-Sektor? Na, erzählt er uns nicht. Ja, auf diese Lagebesprechung hier muss man nicht 100% nicht hören. Also, Speedy, oh, die sind richtig schlimm. Die sind noch heftiger als die Beezels, die wir haben. Noch schneller, schießt noch schneller, fahren schneller, schießen schneller, aber sind aber natürlich noch schwächer. Die sind auf jeden Fall immer nervig, wenn die abhauen. Scheiß, wie hier ist. Bah! Kenne deinen Feind. Oh, wirf mir die erstmal wieder alle zusammen hier. Ich brauche gleich alles selbst platt. Hm, aha, jetzt müssen wir erstmal wieder eine Energiestation suchen, falls eine gibt. Es gibt auch Levels ohne Energiestation. Na, toll, sie haben die Gegner gesehen. Bin ich angegriffen. Shit, mal rum. Sie haben die Steuerung. Das sind eben nur Speedy's. Oh, ey. Manchmal sind die auch so dumm und ballern sich selbst ab. Ja, auch das kriegen die hin. Neun. Los. Bum, bum, bum. Sehr gut. Geht wieder zurück an euer Platz. Ich muss eine Energiestation suchen. Und Gegner. Und vieles andere. Hey, da ist ja schon eine Energiestation. Äh, ja, eine Energiestation. Hey, du scheiß BDA. Pissding, ey. Ich muss mal gesagt, ich hasse die vier. Komm zurück. Zurück. Ah, kommt her. Gar nichts. Juhu. Kaputt, kaputt, kaputt. Kaputt, kaputt, kaputt. Aber ich will die scheiße Energiestation haben. Sehr ruhig. Energiestation. Komm her, Energiestation. Und du bist auch gleich dran, der Gold. Na gut. Komm. Komm. Meins. Meins. Natürlich gibt es nachher auch so fiese Levels, wo die die Energiestation haben und wir nichts. Da muss man auch gewinnen. Das ist dann schon ein Tick schwerer. War wirklich nur ein Tick. Ja, lassen wir uns spielen. Und wenn wir wieder unser, unser Master auf Disaster. Hey, da gucken wir mal. Da hinten blickt doch ein E. E sind immer gut. Einfach hinfahren und abwarten. Na, wir sind ein Weg. Speedies, nö. Gargolt. Und die Bremsen. Ja, Mann, die kümmere ich mich. Bleib zu Hause. Schüttür mich. Neue Fahrzeugtechnologie erbeutet. Nach der Jaguar. Der ist, naja, okay. Das ist der stärkere Panzer. Lärmer und stärker. Also, naja, für die ja eher nicht geeignet. Hier braucht man eher schnelle Fahrzeuge. Für die Gorkos. Die Tercassen sind Grottenlamm, sagen. Also, da kann man Jaguar schon eher nehmen. Ja, ich glaube, hier ist irgendwo die Basisstation von denen. Ja, die sehe ich doch auf der Karte. Komm, macht das komische Räusch das Vieh. Ja, ja, ich habe die auch auf die Basisstation. Ich glaube, ich schnapp mir gleich schon mal meine Truppen und gehe schon auf den Lossee. Die Anwachslevel sind im Einfach. Oh, es stirbt. Ich will Energie haben. Nein! Toll, komm Schwein. Ich bringe die oben. Komm her. Ach, Domain Jaguar ist noch ein bisschen viel. Aber wie gesagt, für den ist er nicht sehr gut geeignet. Also machen wir mehr Foxes. Fox, 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 Fox. Geben wir auch gleich auf dem Energie, äh, auf die Basisstation los. Krieg gleich ihr Fett weg. Dann werden die ersten Partys ja alle ziemlich kurz sehen. Weil ich sag's, nachher wird's lang. Wirklich lang. Gut, dann mal los, meine Freunde. Auf in den Kampf, heißt es wieder einmal. Guck mal, Scout. Alle auf dem Scout, Leute. Hast den Scout. Wir haben Feindberührung. Oh, Schlips Scout. Wie soll er losgehen? So, jetzt das gleiche müsste nochmal bei der Basisstation machen. Los. Oh, die schießt das wieder. Oh, 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 oh. Ah, das ist keine Chance, keine Chance, keine Chance, keine Chance, keine Chance, keine Chance. Chance, immer auf mich, immer auf mich. Immer auf die kleinen. Wie ist denn diese Schlauen greifen gleich die Basisstation an? Das war's. Kaputt. Stopp, stopp, stopp. Äh, ja, äh. Ihr sollt da reingehen. Befehl bestätigt. Ja, sehr gut. So, ist das Ding voll? Ja, blinkt schon. Nun kommen wir gleich wieder. Zack. Zack. Oh, da komm ich immer nicht mit. Oh. Da ist eben zu spät, Panzer. Lebt wohl. Hey, und wir haben ja gleich einen Jaguar abgestaubt und... Wow, Spielzeit von Minuten. Toll. Sag ich ja, das wäre mini letzte Pace. Pace. Place. Mein Gott, ey. Ich rede ja nur durch den Schiss hier. Checkerboard. In... Hey, Deutschland und Dänemark. Teil von Deutschland, Dänemark und Niederlande, glaube ich. Da ist ja die Grenze irgendwo. Ja, ich höre lieber auf mit meinem Ad-Kunde. Schlimm, schlimm, schlimm. Na gut, Leute. Lebt wohl bis zur nächsten Episode, wo wir dann... Disslevel da machen oder Disslevel da machen. Hö, das ist mit einem Surprise. Hm, eine Überraschung? Geht wohl. Ja. Geht wohl. Deine mei-